Hallihallo Hallöchen zu einem Razor-Flash. Razor-Flash. Immortal? Move, Mausklick oder arrowklick oder BASD. Ups, das war falsch. Sorry. Ich muss jetzt mal draufklicken. Ey. Okay, da. Gut, jetzt kann ich die bewegen, ordentlich. Jetzt hab ich gedacht, ich spiel mal ein Spiel, das ja ein wenig tiefgründiger ist. Juhu. Okay. Dankeschön. Sorry, dass ich gerade so ruhig bin, aber das Spiel zieht einen so dermaßen rein. Ich glaub, ich werde hier auch ein bisschen ruhiger sein. Bisher kann ich so BASD benutzen. Ich weiß auch nicht, was für Spiele-Elemente hier noch reinkommen. Oh, noch ein bisschen. Ich hab's gefüttert. Hm. Ah, was passiert da denn? Oh. Obst hier, Block Enemy Fire. Ja, ja. Okay. Haben wir das Schild für die Menschen also? Wir können... Ey, nein. Lass die Menschen in Ruhe. Nein. Sie dürfen nicht sterben. Das sind meine Freunde. Freunde, das ist meine Ohana. Ohana heißt Familie. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Lass sie in Ruhe. Nein. Nein. Ihr dürft sie nicht von mir wegnehmen. Was? Nein. Niemals. Das ist meine Familie. Ich glaub, das zeigt so ein bisschen auf, was für der Krieg anrichten kann. Alles. Nein, von beiden Seiten. Was soll ich tun? Ich will sie retten. Ich will alle retten. So. Komm her. Ich hab's geschafft. Passt ja auf euch auf. Ich mag nicht, dass euch irgendwas passiert. Achtung. Von hinten. Von hinten. Achtung. 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 Schnell weiter. Nein, pass auf. Da könnten Minen sein. Warte. Lass mich vorgehen. Schon wieder von vorne und von hinten. Wo soll ich hingehen? Lass mich... Nein, 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 nein. Nein, lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Gott. Das ist eure Familie. Sie hat so Angst. Wir müssen sie einfach in Schutz bringen. Wir müssen sie irgendwo in Sicherheit bringen. Ihnen darf nichts passieren. Pass auf, wenn du da vorne hingehst. Gott, ey. Komm, stopp. Nein, nicht mehr. Von hinten. Von hinten. Von oben. Von überall. Überall. Ja, das kann ja ruhig da unten hingehen. Solange es nicht in der Familie irgendwas passiert. Hört auf uns zu bedrohen. Hört auf uns zu bedrohen. Wir machen doch nichts. Wir tun euch doch nichts. Wir haben euch nichts angetan. Warte. Wir haben euch nichts getan. Wir sind doch nur eine kleine Familie. Nein, lasst uns in Ruhe. Nein, von hinten wieder. Von hinten wieder. Überall sind sie. Überall sind sie. Lasst uns doch in Ruhe. Hä? Was passiert da? Nein. 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 Oh nein. Nein. Das kann doch... Nein. Das kann doch... Nein. Er hat sein Leben gegeben. Damit sie leben können. So süß. Was ist das jetzt mit Immortal oder... ... ... forever, immortal, lebt für immer und sterblich, developed by Evan Miller, presented by Armor Games. Also ich glaube, es war das Spiel, hier bei Description, bei Beschreibung steht, nimm das die Rolle eines Aliens ein, das in der Mitte der Menschlichkeit gefangen ist, also ja, aber ich glaube, ich würde das eigentlich nicht ganz schön interpretieren, für mich war es wirklich so ein Mensch, der sich für andere aufkopfert hat, sehr, sehr schönes Spiel, sehr tiefgründig mal, ich kann es gerne auch verlinken, obwohl ich weiß nicht, ob es was bringt, so jetzt, wenn man es nochmal selbst spielt, vielleicht kann man die Emotionen nochmal ein bisschen selbst besser verstehen, das war es von mir, das war Razorfest, Immortal, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, ich hoffe, ihr schaut euch das nächste Mal wieder rein, auf Wiedersehen, bye-bye und tschüss, 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 ich wünsche euch ein, ein wunderschönes, tolles Leben, macht aus eurem Leben etwas, nutzt es, das ist meine Nachricht des Tages für euch, genießt jeden Tag, genießt jede Kleinigkeit.